Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Java-Tutorial-Video hier auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute etwas über Methoden erzählen. Bei Java handelt es sich ja, wie wir wissen, um eine objektorientierte Programmiersprache. Das bedeutet, objektorientiert hat irgendwas mit Objekten zu tun. Und für Objekte brauchen wir Klassen und in Klassen stehen Methoden. Und so wird ein Schuh draus. Das bedeutet, wir müssen uns jetzt Schritt für Schritt vortasten, bis wir zu Objekten kommen. Und fangen heute mit Methoden an. Ihr habt bereits eine Methode kennengelernt. Seit dem ersten Tutorial haben wir die Methode Public, Static, Void, Main oder auch die Main-Methode benutzt. Ich werde jetzt ein bisschen genauer darauf eingehen, was diese einzelnen Wörter zu bedeuten haben. Ihr werdet aber sehen, dass ihr jetzt im Augenblick noch nicht so viel damit anfangen könnt. Aber ich werde es trotzdem einfach mal erklären. Es ist so, dass wir unseren sogenannten Zugriffsmodifizierer haben. Das ist Public. Public bedeutet, dass diese Methode auch aus anderen Klassen, aus anderen Paketen her aufgerufen werden kann. Ganz wichtig. Es gibt noch andere Zugriffsmodifizierer. Das sind unter anderem Private und Protected. Dazu kommen wir aber später. Das ist wichtig, wenn wir nachher Objekte erstellen wollen. Dann sind diese Zugriffsmodifizierer für uns wichtig. Als nächstes haben wir das Wort Static. Static beschreibt, dass es sich hierbei um eine Klassenmethode handelt. Und eben nicht um eine Objektmethode. Auch ganz wichtig. Als nächstes haben wir den Rückgabetypen. Wir wissen ja, Typen sind sowas wie Int oder Double oder sowas. Das sind primitive Datentypen. Und wir geben halt an dieser Stelle an, dass wir nichts zurückhaben wollen. Das bedeutet, eine Methode kann zum Beispiel alle geraden Zahlen ausrechnen und die dann zurückgeben. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen erstmal nichts zurückgeben. In diesem Fall ist es auch für die Main-Methode nicht sinnvoll. Dann haben wir unseren Namen. Das ist das sogenannte Main. Main ist der Name der Methode. Da könnt ihr auch, also in diesem Fall muss das ja so stehen, weil es eben die Main-Methode ist. Aber ihr könnt das auch Wurstbrot nennen oder sonst wie. Als nächstes haben wir dann unsere sogenannte Parameterliste mit StringArcs. Dazu kommen wir auch noch später. Wir werden jetzt beginnen, unsere erste Methode selbst zu schreiben. Also unsere eigene Methode. Das heißt, wir werden den Zugriffsmodifizierer erstmal weglassen, da wir uns ja nur in der Klasse Methoden bewegen. Das wäre jetzt auch ein bisschen zu kompliziert. Das wollen wir jetzt noch nicht machen. Wir werden also anfangen mit unserem sogenannten, also dass wir eine Klassenmethode deklarieren. Das heißt Static. Der Rückgabetyp ist Void. Also wir wollen aus der Methode nichts zurückhaben. Der Name der Methode lautet Test und wir setzen unsere geschweiften Klammern. So. Und die runden Klammern natürlich davor, die müssen auch gesetzt sein, auch wenn wir keine Parameter übergeben. Wir haben jetzt Static Void Test und in dieser Testmethode wollen wir etwas auf dem Bildschirm ausgeben. Und zwar SysOut. Und geben mal, ich bin die Methode von Test. Das geben wir auf den Bildschirm aus. So. Wenn wir jetzt das Programm starten, dann merken wir allerdings, dass hier überhaupt nichts ausgegeben wird. Denn wir haben unsere Methode noch nicht aufgerufen. Wir können einen Methodenaufruf, also wir müssen irgendwo mal anfangen, deswegen gibt es ja auch die Main-Methode. Da weiß das Java-Programm, dass dort der Startpunkt ist. So. Und wir wollen jetzt einfach unsere Testmethode aufrufen. Das heißt, wir geben ein, den Namen der Methode Test und setzen dann Semikolon. Das war's. Jetzt haben wir die Methode Test aufgerufen. Was passiert? Wir drücken auf Run. Ich bin die Methode Test. Super. Er hat also die Methode Test gestartet und hat den Inhalt dieser Methode, System-Odd-Printline, ausgegeben. Ist die Methode einmal abgearbeitet, springt er an diesem Punkt zurück und die nächste Zeile beginnt. Das können wir nochmal ausprobieren, indem wir unter diesem Methodenaufruf Test einfach schreiben, ich bin der zweite Text. Und dann einfach mal versuchen. Und der zweite Text wird natürlich nach dem Methodenaufruf aufgerufen. Wir können in eine Klasse, das ist ja eine Klasse, Public Class Methoden ist unsere Klasse, und in dieser Klasse können wir ganz viele Methoden haben. Das heißt, wir nehmen noch eine Methode oder schreiben noch eine Methode, Static Void, die nennen wir Hund. Und Hund ist ebenfalls eine Methode, und System.out.printline. Dieser Hund sagt, wow, wow. Der Hund bellt. So, wir können jetzt auch diese Methode aufrufen. Ganz einfach. Hund, Runde Klammer auf, Runde Klammer zu, Semikolon. Und wir sehen, der Hund sagt, wow, wow. Wunderbar. Wir können allerdings auch diese Methode aus einer anderen Methode heraus aufrufen. Das heißt, wir gehen jetzt mal in unsere Test-Methode, die wir zuerst erstellt haben, und starten von hier aus dem Methodenaufruf. Und siehe da, das wow, wow kommt natürlich an zweiter Stelle. Warum? Wir haben zuerst die Variable Test aufgerufen. Nachdem wir die Variable Test, die Methode Test aufgerufen. So, die Methode Test wird gestartet. Was passiert? System.out.println, ich bin die Methode Test. Danach wird die Hund-Methode aufgerufen. Die Hund-Methode wird ausgeführt. System.out.printl, wow, wow. Ist das erledigt, ist die Methode zu Ende. Er springt an diesem Punkt. An diesem Punkt merkt er, die Methode ist zu Ende. Und er springt wieder zurück. An diesem Punkt. Weil dort unser erster Methodenaufruf gewesen ist. Und von hier aus, oder danach, wird das System.out.println mit, ich bin der zweite Text, ausgeführt. So, das war erstmal eine Einführung in, oder zum Thema Methoden. Die weiteren Tutorials beschäftigen sich dann mit Rückgabewerten, mit Klassen und mit Objekten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.